Beim Klängen des Fußball-Fests Domino betritt er das Festzelt. Die Stimme von Radio-Bocken, Holger Zapper, wurde auch bereit für Fotos, wenn also jemand ein Erinnerungsbild schließen möchte. Die Gelegenheit, der begünstigt. Erst vorhin wurde er im ersten Stock im Saal showfressiert. Und ich muss sagen, es steht nun super. Er hat extra diese herrliche Wand mitgebracht, die auch noch einen gewissen Informationsgehalt hat. Sie verrät nämlich, dass Holger Zapper in Begleitung von uns und noch diversen anderen darstellen auf der großen bunten Zapper Show. So, unterwegs sind wir in Sachsen-Anhalt, vielleicht auch in unserer Nähe. Kommt vorbei, der Applaus ist gerechtfertigt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wir freuen uns schon, das werden tolle Tage im April. Das heißt, ein bisschen ist noch hin. Also schaut vielleicht mal auf der Seite von Radio-Bocken vorbei und welcher Termin von euch passen könnte. Und dann seid ihr herzlich eingeladen, euch diese außergewöhnliche Show aus Komik, Moderation, viel Musik und natürlich auch Tanz anzuschauen. Ein guter Abend.